Anja, ich konnte eine neue Folge von Pforzheim-Modersport 5, Folge 24 fortsetzen. Verlasse Road America. Die heutige Veranstaltung findet auf den Straßen von Long Beach in Kalifornien statt. Long Beach, you say Long Beach. Lokaltime 17.30 Uhr, Temperatur 75 Fahrenheit, 24 Grad, 14 Corners, 3,7 Kilometern, 1,97 Meilen. Startausstellung, auf Platz 1 ist Glitchie Fremd 43, noch Platz 16. Natürlich, hier wieder auf einen Start. 3, 2, 1, 2, 1, 2. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Startaufstellung Die ZDF, 2020 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 Die ZDF, 2020